Wir haben eine Map, Chalet Allah, die hatte ich heute den ganzen Tag Bock drauf, ne, die hatte ich den ganzen Tag Bock drauf. Boah, die Bibi, ey Leute, kennt ihr das, wenn man so Rücken an den Rücken stellt und dann zieht einer den so hoch, damit der Rücken einmal so, wie hat das von mir gemacht, Leute, ne? Ich glaube, mein ganzer Wirbelsäule ist einmal durchgebrochen, Alter, so laut. Ja, echt so. Wann war bei Bo? Äh, Flashy. Flashy? Na toll. Ja. Cool. Ich hab... Die, 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 die... Die, 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 die... Ah... Erst Deffen war ne? Warte mal nämlich Taki. Ne Kappa meine ich. Kappa-kahn-kahn. Der hat halt ne geile Waffe und kaum Rückstoß ne? Das ist richtig geil. Hör mal Bibi. Geil ist das. Ich weiß wie doll sich Rainbow Six verändert hat. Ja das hat sich... Was hast du gesagt Bibi? Was ist mit dem Echo? Bibi, du bist gemutet. Hä? Ne bin ich nicht. Warum redest du nicht weiter? Ich hab doch gar nicht gesagt. Ja du hast ja irgendwas mit Echo, dann hab ich dich gefallen und hast du nicht mehr geantwortet. Achso, ich wollte dich nicht unterbrechen, deswegen dachte ich, da ist was anderes gesagt. Ich hör jetzt ein Echo, weil ich die Tür auf hab nach oben, das meinte ich. Du machst dir doch schnell zu. Da lenkt dich doch nur ab. Ne, ne ich hab vergessen, dass ich gar kein Noise Cancelling anhatte. Oh mein Gott, ich hab mein eigenes Ketscher kaputt, warum hab ich versuch'n. Der hast du schon mal schlafen gelegt? Und wo ist jemand drin? Oh nein. Sehr gut. Der hängt da oben, alter. Äh, der hängt upside down am Balcony. Und der hat den, äh, die, die Ecke aufgemacht. Der Baby, der, der, der hängt upside down. Wenn du da hingehst, der sieht dich und du ihn nicht. Du kannst ja meine Kamera sehen, ob der da drin ist. Ja, 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 ja. Ich kann dir sagen, wenn der hier hingeht. Welchen Rang bist du? Da hat die neue Season angefangen? Silber 5 aktuell. Aber mit, äh, ne guten KD. Okay. Letzter See Balcony. Aber ist jetzt hier, hier ist jetzt trennen wir die, äh, bei einem Bridge. Rechte Seite Bridge. Kommt wahrscheinlich zu Piano. Ne, ist doch nicht bei Piano. Ich kann dir sagen, wenn der rumkommt. Geh mal zurück, geh mal zurück. Ich kann dir sagen, wenn der rumkommt. Ich habe da eine Cam hier. Also ich habe die Cam. Du kannst den versuchen zu pushen jetzt. Geh mal hier hin. Der müsste hart links von dir sein jetzt. Prefire. 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 Hä? Der ist da drin. Prefire. Yey. Karambi. Geil. Schön in der Assloch. In der Assloch. Cool ey. Cool ey. Pokers. Cool, wir sind zu viert. Geil. Stark. Stark ey. Wir sind zu viert. Geil. Naja, wir haben es ja auch gerade zu viert gerockt. Ja. Nur der Easy Bot bei denen. Was wir wissen. Geil. Du sollst in die Kitchen gehen. Okay. Ich glaube ja nicht, ne? Hedge ist die Macht. Held. Wir sind mal. Hell, einária suivreenacks. Dann die Luft eine ho否. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gottpi. Kannst du sagen, wenn die anfangen die gra... Sind die bei der Garage? Ja. Das war nicht schlecht gemacht. Schade. Wo denn? Ja, der hat eine Crane Mode eingestellt, wo ich raus bin. An dem Standard Spot hier. Soll ich dir den mal zeigen, den Standard Spot? Ist eigentlich hart asozial. Muss einfach in die Library rumrennen. Ich glaube, keiner kommt eine Drohne rein. Drohne ist kaputt. Was ist denn hier mit meiner Maus? Der ist draußen. Irgendwo geht Holz auf. Oh lol. Einen habe ich weggeholt. Zweiter ist tot draußen. Keiner gerade am Breach. Jetzt siehst du da die Cam? Doch, am Breach. Ja, ja, ich habe die Cam. Der ist da draußen. Sag mir aber, wenn die reingehen wollen, habe ich einen C4. Ja, sag ich dir doch. Ah, der hat den draußen geholt. Alter. Was? Ah, hier. Hier ist einer. Hier. Hier. Das ist eine Cam. Das ist die Ash. Geht hoch zur Kitchen. Ash in Kitchen. Nice, Alter. Baby, geh mal da gerade. Geh mal zur Library. Renn mal. Ich weiß, wo der ist. Renn mal durch. Renn mal durch. Renn, 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 renn. Zeig dir den Spot, dann lernst du den mal. Schnell. Einfach zur Library hoch. Ich weiß nicht, wo die ist. Ganz hoch. Rechts hoch. Rechts hoch. Achso. Ach, die Library. Ja, sorry. Ja. Da ist nämlich ein Fenster. Kannst du raus auf dem Balkon gehen. Dann kannst du die alle von hinten holen. Mhm. Aber ich spiele das eigentlich auf Englisch wegen den Colts. Äh, Schwedenkönig wegen den Colts. Ist immer... Hilft sehr viel, weißt du. Mhm, 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 mhm. Kapkan einfach. Da hat er den... ihn zerfetzt, den Jungen. Die haben immer einen Ace. Soll ich lieber Bandit nehmen? Ja, mach, Baby. Mach. Mach wie du willst. Aber da ist er... ja, nicht. Weil da ist eh ein Reach, finde ich schwieriger. Machen sie das, wie sie wollen. Das ist ja gut. Das Recht. Sie können das entscheiden. Meine Schulter... tut schon wieder so weh. Ja, wir bauen doch mal um die Tage. Okay. Ich weiß nicht wie man das ist. Ich weiß nicht, wie man das ist. Ich weiß nicht, wie man das ist. Oder, ob es fehlt. Ist noch alles bereit? Ich bin bereit. Ah, Grim hat mich. West Main. Grim West Main. Off board has located a bomb. You know what to do. One friendly remaining force. Einer ist jetzt grunter gedroppt. Ist hinterm Tresen. Naja. Hinter der Bombe. Will hinter der Bombe planten. Get dropped. Hä? Schade. Hä? Oh mein Gott. Hört online. Haha. Der hat aber davor richtig krass gespielt. Denno. Kannste nicht sagen. War fast ein Ace. Glaub ich. Habt ihr nicht gesehen. Bleibt ey. Kein Problem. Beibo. Zwei. Defense. Schonmal gut. Wobei ich nehm ein. Ich nehm hier altbewährter Operator. Wenn wir zuviert sind. Wobei. Okay. Kann schon viel ausmachen. Versuch hinten rum zu gehen. Über Badezimmer. Mhm. Ich versuche über Keller. Ja. Elf Stunden sind wir jetzt live chat. Geil. Und safe oben. Die haben einfach 3 Nuller. Oh. Die haben einfach 3 Nuller. Echt? Ja. Die haben einfach 3 Nuller an ihrem Team. Ich hab mal dieser Drombuck. Ich hatte den noch gar nicht. Nee. Nee. Wasch ist tot. Ist. Geil. Ich habe die Kameras. Was ist das? Ich habe die Kameras. Da. Was ist das? Was ist das? Was ist denn? Die Diffusers müssen zurückkehren. Oh mein Gott, Bibi, was sind wir für kranke Leute, Alter? Guck dir das an, guck dir das an, Junge, Alter, ich mach noch eine, ja, ja, kitzu, ja, ja, ich bin heute so gut, ich bin mal die Botschafter hier, was, immer diese Botschafter, so, ja, ja, 3-1 und das zu viert, Leute, an der Pokers, ja. Was spiel ich am besten? Wenn du ein Match gewinnst, bist du Bronze 5, Babo. Geil, Lon. Meinst du, die sind immer oben, Bibi? Ey, kann ich nicht einschätzen, ne, fahr mal hoch, fahr mal nach unten. Ne, ich glaub, die sind nicht oben. Ja, die sind unten. Dann wechsle ich den Operator. Hast du deine, hast du noch eine Cam, Bibi? Ne. Ne. Bibi, du bist echt krass in Rainbow geworden, ne? Ne, Bibi, ist echt so, also ich bin sehr stolz auf dich, an deine Anfänge denke und wie oft du aufgeben wolltest. Ne. 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 Der Maestro ist natürlich jetzt echt sch... ...die David ist. Gehen dir den Breach auf, was meinst du? Bist du da bei dem? Ne. Seh, Mann. Oh man. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah shit, Thunderbird hat mich Wo? Wine Thunderbird und Wine Mainz, yes Is running up again Blue Und eine ist Wine Ah das war ärgerlich Der soll den Mate wiederholen, der soll den Mate wiederholen Get him back, get him back Oh jetzt stehen die Sichter Boah was? Wine Mainstall and one Mainstall maybe Nice strike guys Catochino Rosi live Danke für die 14 Monate Catochino Danke für deinen Raid man Ich hoffe es hat euch heute gefallen Leute Mit TDD, mit GDA Mit allem drum dran Let's go Der nur wieder mit Strichmund beim konzentrieren Was ist denn Strichmund? Und die Lippen so aufeinander presst Achso I'm sorry I'm sorry Uns immer mit Zunge rausgestreckt Ist so Cato Meinst du dir den Zoo Baby ne? Mh Mh Machen wir Klatschen wir jetzt weg die alten Pisskopfe filho With the new weak rank Wilhelm Bank Jaja Klar Immer zu 99% für denno ist alles andere rausges... äh, war bloß ne Zeit ist doch so da kommst du auch noch hin das könnte auch ne, ähm Twitch spielen boah, die machen hier Mira... ja, das wär gut boah, das Mira-Fenster ist ja hart ekelhaft wo haben die noch eins in der Box oder wo? komm um meine Sicht, dann siehst du es ach so, das ja, das hab ich von der anderen Seite das muss man wie wegkriegen einer rennt runter, pass auf Spampeak maybe Spampeak Twitch ist Downstairs der Wildschill ist irgendwo hier ne ok ne der ist... ne der ist oben das Fenster hab ich na egal, das eine hab ich ach, die Martin hat jetzt Fenster boah, das... alter, das Mira-Fenster war ja Gold wert ich bin einfach noch in meiner Drohne, aber gut... hat das Mira-Fenster auf... aber da ist auch keiner ich weiß nicht wo der ist wenn es das... wenn wir planten können, dann kann ich... ja... geil... Alter... so, ich hasse den Diffuser, lol... einfach nur draußen... Junge... na Baby, eine müssen wir noch machen, komm komm der läuft so gut juhu 11-4, Leute geil danke Scarface, danke dir für 8 Monate den Sieg gönne ich euch, ihr Gangsterkuss danke man wir haben einfach zu viert rasiert, wirklich ja, weil wir konzentriert spielen Silber 4, Leute, juhu Gold ich komme oder was? was hast du? wir haben zu viert gespielt 4 gegen 5 ja, großes 5, Leute fast Silber 3, Leute, ne geil, Leute äh, eingeladen, Siri Köttel wieder Bronze 5, ne jawoll geil Evi gönne ich ja dieses dieses Mal Silber, ne eigentlich sogar Gold, ey na, danke Dennis dass du mir wenigstens Silber gönnst das ist wirklich nobel also... nobel wow jeder, der mit mir spielt, sagt ich spiele auf Gold Level aber Dennis ich spiele auch Silber ne, du spielst schon höher als Gold inzwischen wenn ich jetzt zumindest das ist ja schon mal gerettet ja, ne sagst du was? wo ist denn jetzt eine? mehr neuen Skin gegönnt mhm welchen? für Cavie Cap Cap Kavaira mhm ok welcher Wand ist? für 9 Skin einiget welchen nimmt dat hier? ich mach eh, shop headgear manchmal andere, ey das ja ach guck mal krass, wie die ohne headgear aussieht das hab ich ja noch nie gesehen mhm cool sieht das bei mir ganz normal aus das so ein Elite Skin oder was ist das? voll nice was für Backgrounds ich muss ja sagen ich finde den aktuellen Score im Hintergrund echt cool ne was mein? so deep achso ja boah mir ist richtig kalt gerade oh no hol der Deckchen boah das sind aber wilde Maps hier fehlt mal so ne schöne Baumwolldecke boah da sind wir heute geübt ne oh so ein bisschen ne ich hätte aber auch mal wieder Bock auf leer ach natürlich oh no oh no 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 wir sind der bann Phase aha oh Ähh Jekyll. Videos vorbereiten für morgen. Damit alles auf YouTube kommt. Ich schlaf dann gleich schon. Ja ist doch okay. Ich dachte wieder meins du müsstest neben mir eine Chipspackung aufreißen oder so. Ich werd naja noch was rein dübeln, das sag ich dir du. Die ganze Zeit haben wir Video machen. Ne. Ist sie schon unten? War die noch draußen? Mhm. Alle Tiere versorgt. Geil. Ähh Jo. Die war heute lieb. Wollte echt lieb ne? Mhm. Das war das Let's Dance oder was? Ja ja. Ja ja. Naja. 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 Wenn ne Sole ist. Ich werd schon mal vor. Ja die kann aber in der Bannphase nichts machen. Äh in der ähm Prepphase. Naja aber hinterher. Mir doch egal. Und ne Kev haben die auch noch alter. Scheiße. Doppel. Doppel. Doppel Ekelhaften. Die Runde. Doppel Ekelhaften. Hm. Haben wir einen Breach hier? Oh, oh my god. Was war das? Wer war das? Bandit. Weil die haben ne Kev hängt dran, Leute, ne? Ja, die hat mich auch. Wo? Solis Warehouse. Unten im Warehouse. Was war das? Kapkan. Ach, scheiß. Bin mir fast tot. Oh Gott, C4. Ja. Rennen vor mir weg. Leute. Konterplatz. One Miles, Catwalk. Was? Ja, ich war low, ich bin. Ja, das war ein bisschen. Boah. Ah, das wird schwerer als alleine. Auf einmal mit 5 AP oder was das? Hm. Ah, oh my god. Ah, oh my god. In the right corner, in the right corner. In the right corner. Oh my god. Right, right. Das war nicht in-game. Right. Right corner. Oh my god. Oh my god. Mein in-game voice ging nicht. Oh mein god. Oh my god. Oh mein Gott, dass er ihn nicht gesehen hat. Das war echt... Oh mein... Okay. Holy Crap, Alter. Das war echt... Oh mein Gott. Ei, 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 ei. Hm. Scheiße, ey. Und gibt mein Voice denn nicht? Test, test, test. Dieser Bug, der besteht seit Jahren schon in Rainbow, ne? Wie fixt man das? Gar nichts. Neustart. Cool. Hm. Wahrscheinlich unten, wa? Da liegt es auch mal jensthaft voraus. Ei, sehe nix. Also läuft, ey. Ich nehme mal Carly mit, dann kann ich unten Stromwett machen, okay? What? Carly? Ja, ich nehme Carly mit, damit ich Stromwett machen kann. Irgendwo wurde was aufgemacht. Watch out 2. Ah, ich kann da nicht irgendwann rennen. Irgendwo ist Spawnpeak. Kein Ahnung wo. War mir... Ja, Digger. Ich glaube... Unlucky. Es ist wirklich unlucky. Ich darf nicht rennen. Mein Ungeduld kickt da gerade rein. Hatten die Strom, den habe ich mir gleich noch geantwortet. Oh mein Gott. Ach, wie ärgerlich. Boah. Da kann ich nicht spielen. Fuck. Der hat den, der hat den, der hat den. Jetzt haben wir das einen. Kannst du uns pushen. Ich noch ein Eis. Serie, du musst ihm das Ingame sagen. Ich kann nicht mit dir reden, mit dem reden. Ja. Hat den, hat den, hat den. Stark. Wo müssen wir denn hin? Es ist machbar, Leute. Es ist machbar. Aber ich weiß nicht, wo die Bombe ist. Unten. Auf dem Schrank sitzt der Hund. Ehrlich. Ich frag mich, wie ich da hinkomme. Kepp runter. Da, da, wo der Typ ist. Und die haben wir so fliegerlaut, ne? Hink den? Ja. Ja, two player there. Nein, ich wiff nicht. Ah, da wolltest du viel, Siri. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich unbedingt haben. Scheiße. Komm, Olli, du machst das. Nee, ich glaub, der ist in Small Room. Sagt ihm das mal. Links jetzt von ihm. Das ist in Small Room. Ja. Rechts. Da. Scheißer Junker einfach, ne? Nein. Nein. Bitter. Ja, aber ich war nicht so greedy gewesen, ne? Sad, Mann. Komm, Leute, einen Attack müssen wir schaffen, ey. Das wäre halt schon, das wäre auf der Map schon Premium, ja. Let's go. Komm, Leute. Puscht euch hart. Puscht euch hart. Puscht euch hart. Uh. Oh, ja. Oh, schon halb drei, wie ist das denn passiert, ey? Man, weiß es nicht, Helena. Ich wollte nur vor einer Stunde ins Bett. Denno wieder. Ich wollte eigentlich auch diese neue Star Wars Serie gucken, aber boah. Aber das geht nicht. der Akolyte? Okolyte! Soll da voll cool sein, aber... Ich glaub da, ich bin gleich uns hinweggemacht. Mira? Wo sind die, ganz unten? Nee, Kitchen. Die haben ja unten gewonnen gerade. Ja. Die werden wieder Spawn peeken. Die werden Spawn peeken. Ach, der hat die Hedge gemacht, deswegen war er draußen. Wie hat der den denn jetzt? Da geht man ein Stück zur Seite, Seri. Auf dem Schrank der Penner. Oh Gott! Oh Gott, Digga! Huch! Da geht es um, geht es um, der Fuhrer. Warte, Seri geht zurück, Seri kommt zurück, sperrt die Tür einfach. Sperrt, versperrt die Tür. Komm hier rein in die Tür und stell dich am Wellen. So, bleibst du stehen, bleibst du stehen. Der ist einfach oben. Geil! Geil! Irgendwie, ich habe dich einfach geopfert, es tut mir leid. Kein Problem, ich bin ja auch willentlich gestorben. Ich bin einfach rein. Einfach rein in die Höhle. Okay. Ich müsste noch die richtige Balance finden zwischen, ich gehe rein und habe aber eventuell dann doch nochmal vorher gedroht. Aber die Fallout-Serie habe ich auch noch nicht gesehen, ist gut. Ich will die unbedingt weiter gucken. Ja, ich vergesse dann immer. Ja, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Da 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 da, da 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 dach da da! Raum Ich hatte die Tür! Ok, ne? Hat jemand hier nur Shotgun? Nö. Cool. Äh, hier ist noch ne ganze Wand offen. Die hier auch zu machen? Welche ist die? Die hier? Ja, genau. War links nicht mehr, ne? Warte, warte. Äh, vielleicht hab da die... Ne, war nicht. Ok. Hier kann man eigentlich mal am schönen Footline machen. Ja, da musst du am Footline hin, Leute. Ich hab keine, aber ich hab keine mehr. Ich hab das nicht. Oh, die Tür geht schon auf. Kling mal. Muss einer halten, sonst kann ich nicht active spielen. Na, ich hoffe einfach mal, es geht gut. Oh nein. Sorry. Wo ist ein Pieper? Hier ist ein Pieper angegangen. Da. Ja. Ist das wahr? Ja, komm. Der ist... Die Sophia, ey, die krieg ich nie tot. Nie. Nie. Da. Renn weg. Hier, zwei Leute hier. Links von mir ist jemand. Da. Da. Der Echo hat auch die Ruhe weg, ne? An der Breachwand. Wo ist das? Die Kamera nicht, Fynn. The Machine. Wie doch denn? Könnte ich sein. Mein Gott. Ah. Duh. Loll. Flinteng. Der. Komm rein. Nice Den Jett Mein Gott, ne Ja, Mann Alter, wer war die Bakery, Junge? Das war ja Gold wert, die kämen da oben Ja, also sein Discord, die äh, die D-Mix Discord Stark, Mann Nice Geil Silber 3 Kommt immer näher Wie, wie auch Bronze 5 dann Bin ich schon Ja, bis schon Ja, fast Bronze 4 dann Letztes Sie ist ja immer bei so Bronze 3 2 gestackt Da war immer Einmal Bronze 1 gewesen Weil wir am Anfang nur verloren haben Falls du dich erinnerst Ja, ja Aber imagine Guck mal, die Sophie hat mich gerade weggeholt Aber dann kam die Rache aus dem Jenseits Da hab ich sie weggeholt Komm, konzentriert euch jetzt noch die letzten Meter hier Ja, klar Schön mit so einem erfolgreichen Sieg ins Bettler A la Kein Ort Was macht einer die Hedge, bitte? Äh, ja, fügen wir die mal Die Sommerping Ah, cool War dann nicht schon eine zweite? Irgendwo nur im Gang Einer hat ein Schotty? Nee, ne? Äh, nee Ein anderer Hedge ist hier Mach den mal eben Toll Verarscht Oh mein Gott Ey, es waren überall Gegner oben Von drei Seiten wurde ich geholt Oben Oh mein Gott Ich hab so mit gepanickt Hier oben Fuse, fuse, fuse Mein Gott Ach, du Scheiße Ach, komm Der ist oben Bei Animus In der Hälfte Wie ich kann dir sagen Wenn einer die Stairs runterkommt Okay Aber lass dich doch nicht Von der Seite hier killen Geh doch ein bisschen weiter vor So Warte Jetzt nicht bewegen Einfach Einfach die Kante Von der Treppe abaimen Nicht bewegen Nicht bewegen Einer hat Slow Der ist durch meine Kapkan gelaufen Oh mein Gott Oh mein Gott Junge Fuck you Alla Deaths 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 Junge Tyram hat erledigt Bodycam Ja, das soll aber nicht so cool sein City Hab ich gehört Ja, das wurde richtig zerrissen Ja Kapkan ist so asozial Unfassbar Schön Mit einem Sieg ins Bett zu gehen Mit so einem geilen Erfolgreichen Rainbow-Takt In der neuen Season Das wäre schon cool Bei 11 Stunden und 36 Minuten Stream Und wenn du mal live dabei sammelst Twitch.tv Slash Haltrout Yeah Oh yeah Barbed wire Barbed wire Barbed wire Ich weiß das war Serie soll es pushen Komm Boah, ich versuch's doch mal ne Ah, hier Kapkan Traps anzubringen Ist auch echt Oh Gott, hier ist ja gar nicht gesaved Ah Hedge geht auf Ich versuch's Wow Oh, ich versuch's Oh, ist noch ne Hedge oben Juice Oh Gott und ein billiard ist einer und ein billiard esch weh weh komm wenn du regelt wie auch immer nur einer boah aber auf letzter Rille das ist ja nicht bei dir oben denn holz weiß ich wo der ist im flur ist keiner oben ist keiner im flur ist keiner ich hab die cam im flur oben oder unten im flur ist keiner ich musste oben oder unten unten ist der aufflur guck mal ich meinte oben sorry wir konnten das gewinnen krass aber echt meine machen wir noch oder ich bin raus mir fallen echt die augen zu aber wir können auch eine machen ne ne wie genau schlafen komm besser ist erfolgreiche tag leute wir sind ganz offiziell abschließend ja lass mal gucken silber 3 leute juhu wir steigen oh gott wir fehlen 5 rp bis oh nein die die aber das machen wir morgen oder so so damit gehen wir richtig schön ins bettle silber 3 erreicht ja wir grinden weiter in der neuen season ich geh jetzt mal aus dem discord schlaf gut leute ne nacht die nacht die nacht die so gute nacht rüber und dankeschön an alle die heute dabei waren ich wünsche euch allen eine richtig gute nacht schlaf gut dankeschön dass ihr heute bei diesem wunderschönen fast zwölf stunden stream dabei wart ich hoffe es gab super viele lustige momente auch bei rainbow und bei ttt und bei gta rp gute nacht leute danke 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 für alles